Eure was geht ab Leute, ich zocke ein bisschen duolings und gleich geht es raus, bisschen zocken, bisschen das Event nutzen, bisher alle recht unmotiviert, dagegen nicht so viel, aber ich versuche mal mein Glück, gehe raus, entweder nach Parsing oder Produkplatz, ich habe jetzt meine Module, also ein bisschen wird gezündet und dann schauen wir mal was so geht, aber davor habe ich hier noch überraschenderweise eine Box gewonnen, leider nicht gesponsert, aber falls ihr das seht Müller, sponsert mich, und zwar eine Lookbox, habe ich auch auf Instagram schon gepostet, da haben schon ein paar abgestimmt, also falls ihr da ab und zu mitmachen wollt und mehr über mich erfahren wollt, folgt mir auf Instagram, da könnt ihr dir abstimmen und die meisten haben gesagt, die wollen das sehen, wieso nicht, ich bin auch gespannt, wir haben schon mal ganz kurz reingeschaut, weil die Freunde, mit der ich das abgeholt habe, zu neugierig war, und eine Sache, die da drin ist, ist richtig geil, richtig super saftig, so, schön verpackt, ein bisschen Müll, bisschen Dreck hier, vorsichtig, mein Gott, da ist es auch schon, direkt, Moment, ich muss hier noch ein Deutsch starten, mein Gott, eine neue Ex-Dose, ihr wisst, da oben, ich habe meine Sammlung, und die hier gibt es noch nicht, das heißt, brandneu für mich, nur in dieser Box, anscheinend bisher, das heißt, auf dem Markt gibt es die auch noch nicht, also, was geiler ist, hätte es für mich gar nicht geben können, als diese Box, super saftig, man, ich freue mich richtig krass, als wäre das ein 100% Pokémon, also zu krass, noch mal danke und Shoutout an Oksana, du bist die Beste, so, dann noch ein paar andere Sachen, so, schauen wir mal, demnächst, Hongs, äh, Fashion Beauty Channel, so, so, Schauergel, alles klar, hier noch mal, derselbe Duft, als Shampoo, alles klar, so, Aquapower, Biotherm, was, Dynamic Hydration, okay, das muss mir jemand erklären, ich habe keine Ahnung, was das ist, Magnesium-Tabletten, also davon, redet Koba immer, die Benutzer immer während des Events, damit er keine Muskelkarte bekommt und Creme von sowas, also, sehr gut für, theoretisch, das Doppel-Candy-Event jetzt, wenn ich hart durchsuchen wollen würde, also, hoffentlich werde ich die gebrochen, hoffentlich werde ich genug zocken, dass ich die gebrochen werde, bisher sieht es sehr mag aus mit den Events, also, mit dem Event, Hydra-Sensitive, für empfindliche Haut, Waschgel, so viel Waschgel, wieso, wieso haben die so viel Waschgel, drei Waschgele, was mit Hautcreme oder sowas, da ist es ja, man spricht vom Teufel, Feuchtigkeitscreme, 24 Stunden, Aveo Man, saftig, saftig, und, ein Parfüm, natürlich, von David Beckham, oh, so, das war der Müll hier wieder weg, die Box ist eigentlich auch cool, kann man eigentlich auch behalten, so, auf jeden Fall, das war's, für alle, die sich interessiert haben, für die Box, ansonsten, Müller, Ex, David Beckham, Aveo Man, irgendjemand, ihr könnt mich gerne sponsern, alles war's, ich hab mir jetzt ein bisschen was vom Parfüm auf, und von der Feuchtigkeitscreme, und dann geht's, frisch, und voller Energie, zum Farmen, so, Phasing angekommen, überraschenderweise, ein paar gesponserte Module an, ein bisschen unregelmäßig, wir haben uns schon gewundert, ein bisschen Angst gehabt, aber, die sind an, nur, oh mein Gott, das hängt, die dazwischen, die nicht gesponsert sind, sind nicht an, die werde ich jetzt zünden, dann drehen wir ein paar Runden, so, das war's von Pasing, nicht viel gemacht dort, war, ne Weile dort, hab ein paar Runden gedreht, aber, nicht viel Action, aus irgendeinem Grund, war Pasing dort heute gezündet, gesponsert sogar, war nichts angegeben, war nichts angekündigt, aber, besser so für uns, auch wenn's nicht viele, Leute gelockt hat, das waren so vier Leute am Start, oder so, also, wie gesagt, Motivation bei den Leuten, echt nicht so hoch, hab ein paar coole Sachen gefangen, ihr habt's gesehen, Taubos, richtig saftig, 40 Bonbons, 42, wenn man's wegschickt, ein Gänger, auch 40 Bonbons, 42, wenn man's wegschickt, jetzt zeige ich euch meine, Gänger Bonbons, beziehungsweise Nebulak, habt ihr ein Ziel von 1000, das hab ich locker überschritten, jetzt hab ich 1160, ohne, großartige Mühen, kurzer Screenshot für, euch, ansonsten hab ich einen Gänger geschlüpft, gute Bonbons, aber schlechter wie, hier, oh, Taubsi, Taubsi immer gut, Pikachu mit Hut, auch am Startpaar, aber, noch keine 100%, 100% hoffentlich jetzt, dann am Wochenende, während der Purge schneit, es haben schon, sich viele bei mir gemeldet, ich verlinke nochmal das Video, mit den ganzen Informationen, und dort findet ihr auch den Link, zu Philips Paper, dort könnt ihr dann spenden, und dann, kommt ihr einfach in die Gruppe, und dann geht's am Wochenende los, Freitagabend circa, und dann, solange die Bots laufen, ich denke, Freitag und Samstag wird reichen, und dann, möglicherweise ein bisschen noch am Sonntag, und, da müsste man eigentlich alles haben, was man will, ich möchte haben, Traumato, Tragosso, Traumfugel, vielleicht noch 100% Nebulak, zum Kämpfen, davon die Geisterpokémon, alle neun, und 100% Pikachu mit Hut, natürlich, das sind so meine Ziele, schauen wir mal, dieses Wochenende, ich bin gespannt, einmal bin ich sogar mit Birgit unterwegs, das wird richtig saftig, darauf freue ich mich, und ansonsten heute Abend, im Livestream, kleines Update, so zwischendurch jetzt, wie das Event bisher lief, und dann können wir drüber reden, wie es bei euch so läuft, und, was wir sonst noch so machen werden, wie immer, alles spontan, schauen wir mal, ach schaut heute Abend vorbei, circa, keine Ahnung, zwischen 18, 19, 20 Uhr, irgendwann so um den Dreh herum, da muss ich noch schauen, ich muss noch ein Rate machen, weil gestern kein gemacht, das war es eigentlich schon für heute, ich schaue jetzt später noch Pausing vorbei, ein bisschen, und dann komme ich heim, und mache einen Livestream, mal schauen was so geht, ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie das Event bisher so für euch läuft, und schaut heute Abend vorbei, das war es von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter, und Müller, sponsert mich, vergesst nicht, Pokémon ist serious business, Gedanen, es wäre es mir안�abb Merci, es wäre es mir da, wenn es mir das, wenn es mir das. Vielen Dank.